Yo, yo, TV Plautze mit dem Fliegenklatscher Freestyle hier in Darmstadt. Was geht? Ja, der Marc himself am Start. Yo, und wer noch? Ich bin Nick Versace, Alter. Ey, ihr erinnert mich schon an die zwei Anfang 2000er sind die Leute auch rumgelaufen. Weiten Baggy Jeans und weiten Shirts. Wie kommt's alleine, Jungs? Warum macht ihr das? Weil wir Hip-Hop sind. Ja, das ist cool, ja. Ja, ihr feiert den Scheiß. Du bist wie Marc Versace. Nick Versace. Das ist Marc himself. Ich bin Marc himself, ja. Kommt ihr auch, sagt das? Ja, wir sind Darmstadt, Mann. Habt ihr auch nicht zu plänen? Nee, nee. Wir pushen euch jetzt. Wir wollen Freestyle machen, ne? Wir haben Lange-Louis. Achtung. Machen wir Beat. Wer macht Beat? Ich mach den Beat. Ich rappe im Intro rein, okay? Ja, im Intro, komm. Mr. TV Plautze, 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 Mr. TV Plautze. Yo, yo, ich war heute Nacht bei der Klinikum am Start. Da hat mich hübsche Ivana wieder zusammengefickt. So, ja. Lauti hat geblutet auf dem Maul wie ein Schwein. Hier in Dampfstadt sind wir am Luisenplatz, immer mal am Start. Mit den Frauen auf den Arschloch hauen. Mr. TV Plautze, Mr. TV Plautze, Mr. TV Plautze. Gib mir einen Kuss. Gib mir einen Kuss, denn das muss. Mit dem Bürgermeister aus Dampfstadt gebe ich mir keinen Schuss. Denn die Junkies sind präventiv im Zentral. Alles wieder nur, um ein bisschen Heroin zu bezahlen. Bam, 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 bam. Mit dem 1€ im Gangster Jens. TV Plautze, hier mit dem Gangster Chance Penz. Das ist der Fridolin-Menschelbach. Der 1€-Abi hat's in der Katze geschafft. Klautze kommt jetzt ganz groß raus mit den Gangstern. mit Marco Satsche und mit dem anderen Kerl. Ja, wie auch immer. Das sind coole Leute. Wie wollt ihr mal ein bisschen bezahlen an uns? Dann überweist an Paypal die dicken Scheine. Die Nummer 23. Tut's auf seine Art und Weise. Was gibt das? Fugu. Nullfall. Von 2005, Alter. Ihr meint mal die Spuckprobe. Spuck ich mal Blut? Nein, leicht. Minimal. Egal, du bist sehr gesund für deinen Alter. Echt? Ja, Mann. Und, Jungs, zeig dir mal den Bizeps, oder? Das jubische Verkäuferin. Zeig mal deinen Bizeps. Zeig mal deinen. Yeah. Wie hast du da mal? Nick Versace. Nick Versace. Aus dem neuen Insta, ne? Und du? Zeig mal. Ja. Ja, bei mir ist da nix, Alter. Oh, was geht noch? Ich sag das Blanum. Was geht noch, Jungs? Was geht noch, alle? Was geht noch? Wir suchen jetzt so eine krasse, so eine Underground Jazz Brille. So eine Sonnenbrille. Ehrlich? Ja. Zeig mal ungefähr, wie meinst du? Hier so, du kennst doch so von diesen, von so Asiaten. Ah, ja, ja, ja. Wo kann man die suchen? Ja, das ist die Frage. Wir brauchen da definitiv, würde ich dir jetzt mal vorschlagen, eine Frau als Modeberaterin. Und wer kommt da besser in Frage, als diese junge Blondine davon? Wir haben die Jazz Brillen. Und eine kurze Frage. Weißt du, wo es Jazz Brillen gibt? Jazz Brillen. Verstehst du? Okay, Jungs, komm, wir gucken woanders. Komm, wir gucken. Das Video muss noch ein bisschen crazy werden. Wollen wir fragen mal die mit dem Ding drauf. Weißt du, wo es Jazz Brillen gibt? Jazz Brillen. Diese kleinen, erklär mal. Diese kleinen Brillen, die soll diese Asiaten anhaben, diese Yakuza-Mitglieder. Diese ganz kleinen, weißt du, diese ganz kleinen. Wo man nur noch praktisch nur die, ja. Jazz Brille heißt er. Brille. Jazz Brille. So kleine. Wie heißt der nochmal da drauf? Wie ist das? Silvester. Ja genau, von? Donitons. Ah ja genau. Guck mal, ich habe einen YouTube-Channel. Magst du mal kurz hallo sagen? Okay, schönen Tag noch. Und guck mal, weißt du, wo es die gibt? Die gibt es bei mir im Online-Shop. Guck mal rein bei TV Silvester. Nee, TV Plauze. Ciao. Ciao. Ich hoffe, du hast viel Spaß. Okay, komm. Lass mal die zwei anquatschen. Hey, alle. So, jetzt müssen wir weiter so. Komm, komm. Und was geht heute Abend bei euch? Hab's jetzt noch nichts im Klant. Habt ihr Bock auf ein paar? Ja doch, immer Geburtstag, Digga. Ich muss nach Kaiserslautern. Won't you erst clap machen? Auf Kaiserslautern? Was ist da? Kaiserslautern. Geburtstag. Fährst du so weit? Ja, muss. In die Pfalz, Alter. Familie, la familia. Familie, la familia. Bist du auch Italiano? Nein, Mann. Die Pfälzer Familie, Bande, ist auch Hardcore Mafia. Ja, also, was machen wir denn jetzt so? Wir fragen noch eine nach diesen Brillen. Hey, hey, guck mal, wir fragen den. Das ist mein Kollege. Hey, Simon, wie geht's? Komm, ich stehe. Was ist da? Komm, ich stehe. Sag, hallo, wie geht's? Alles okay. Tut du bein. Wie viel tust du bezahlst du, Anni? Was? Du steuerst dein Hund. Wie viel mein Hund? Was? Dein Hund bezahlst du bezahlst. Ich bezahl 120 Euro im Jahr, Steuern. Ich hab's jetzt bezahlst. Musst du hier bei einem neuen Rathaus, musst du reden mit Jobs nennen? Ich bezahl 120 Euro. Hier bei einem neuen Rathaus, bye, bye, bye. Vielleicht fahrt du keine Scheidung, no? Bei, nein, nein, bei, ähm, du musst fragen hier bei Stadthaus, bei Hunde, Hunde, wie heißt das? Hundesteuer, Hundesteuer ist das, ja? Wir sind hier im Stadthaus. Wir haben jetzt einen Anbrief. Genau, gehst du hier zum neuen Rathaus, ich glaub, erste oder zweite Stock bei, musst du bei Hundesteuer fragen. Und dann kannst du fragen, ob bei Jobs nennen auch bezahlt oder nicht. Tschüss. Ciao. Ciao. Okay, gut. Wie beenden wir das Video? Nein, wir beenden nicht, die zwei Ladies haben guckt. Komm mal her, Lebens, komm. Komm zu uns. Scheiß auf die, ignorieren uns. Scheiß auf die. Okay, ciao. Ciao. Okay, komm. Wir müssen noch eine Frage, wir müssen noch einen Abschluss kreieren jetzt. Männer, was ist das? Ich glaub, wir müssen stolz waren. Komm, wir brauchen jetzt die... Auf der Suche nach den verschollenen Jazzbrillen. Geben, alle. Frag doch mal die jetzt hier mit dem Ding. Wir fragen die Oma. Komm mal die. Ohlalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Wir fragen jetzt die zwei hier. Ihr seid auserwählen. Wisst ihr, wo es Jazzbrillen gibt, Ladies? Jazzbrillen. Diese kleinen, erklär noch mal, Jungs. Hier so kleine Gangsterbrillen, wie so Asiaten. So weit habe ich auch schon gesucht. Weißt du, wo es die gibt? In Darmstadt? Guck mal, kennt ihr mal YouTube und Instagram und TV-Plauze. Möchtet ihr mal ganz kurz hallo sagen? Ich habe über 1000 Abonnenten. Könnt ihr kurz hallo sagen? Nein. Ich habe mit dem Darmsteller Bürgermeister schon Videos gedreht, zum Beispiel. Super. Ja, und mit Spielern von 98, ich bin Trainer von 98ern auch schon. Ich möchte nicht, aber ich mache es trotzdem bei mir. Okay, kein Problem. Viel Spaß. Komm, auf geht weiter. Tschüss. So, wo sind jetzt die Jazzbrillen? Boah, da werden so Riesenmelonen, Alter. Hi. Hola. Comesta. Ah. Okay, Jungs, wir sind heute leider nicht fündig geworden. Hoffentlich beim nächsten Mal. Aber da haben wir zwei coole Homies kennengelernt, den Nick Versace und den Mark-Him-Self. Mark-Him-Self, Alter. Wir müssen das Video noch irgendwie cool beenden. Ihr seid zwei crazy motherfuckers. Leute, abonniert One auf Instagram, das ist unsere krasse Band. Nur einfach nur One. Ja, One. Habt ihr auch Videos auf YouTube? Über Mark-Him-Self oder über Nick Versace, da hast du es verlinkt. Genau. Ja, jetzt beenden wir das Video richtig krass. Moment, eine Frage, habt ihr Soundcloud-Videos oder was? Nee, noch nicht. Okay, machen wir noch. Producing mit Gangstern zum TV-Applautzer, okay? Genau, also jetzt abonniert TV-Applautzer, sonst gibts auf die Schnauze. Genau. Selector. Moment, und jetzt noch Faust. Und jetzt noch hier, High-Five mit dem. Du darfst noch einen roten Klopf drüben, Bruder. Einer von der Spalchen. Einer von der Spalchen. Vielen Dank.